Ursprünglich war mein Zugang zum Hilfswerk das Tagesmuttermodell des Hilfswerks, weil mich das sehr fasziniert hat, weil Frauen Frauen unterstützen, jene die zu Hause bei den Kindern bleiben, betreuen Kinder und geben ihnen in eine familienähnliche Atmosphäre. Sie finden nach wie vor, dass es ein ganz tolles Programm ist und ein Konzept ist, dieses Tagesmüttermodell.